Hey guys, I'm Paddy and I wish you a lot of fun watching Crownies new video. Komm runter in the building and enjoy it with me. And don't forget to leave a like. Yo, wunderschönen guten Abendmahl, mein Name ist Prüfenstück. Crownies hier am Start und ja Mates, wir haben wieder 400 Takken of Haycase. Die werden wir heute auf jeden Fall auch ausgeben. Und vielleicht noch ein paar Trade-Ups machen. Das letzte Video lief ja katastrophal. Die Taun 200 Dollar, die ihr seht, sind natürlich für 4 Videos. Also eigentlich jetzt noch für 3 Videos. Deswegen 400 können wir davon ausgeben. Wir haben die Skins von den letzten Videos auch noch im Inventory. Ich bin gespannt, wo wir nach dem Schluss endlich landen. Ob wir Plus oder Minus machen im kompletten Deal. Finde ich immer ganz spannend, so eine Bilanz über 12 Videos. Gambling ist ab 18, nur mit Kuladier übrig habt. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir erstmal in die Battles, ob wir da was geiles haben. Oh, das hätte ich gerade genommen. Okay, nee, es sind 20, das ist ein bisschen viel. Hier, das sieht doch gut. Ah, nee, 4 Spieler. Oh, hier. Warum ist da keiner drin? Wie kann das sein? Hä, ist das weg? Oh, nee, Dickie. Da wollte ich doch jetzt rein. Da war wohl doch einer drin. Ah, irgendein spannendes Battle wäre natürlich mal wieder cool. Würde ich sagen, machen wir aber auch. Wir scrollen hier natürlich mal zu den etwas teureren Kisten. Ich würde hier wirklich mal so eine Premium Nice Case probieren, oder? Ja, das ist ein bisschen teuer. Im Sinne von, da müssen wir lange warten, bis jemand reinkommt, weil ich muss nämlich gleich noch los. Gehen gleich lecker was essen. Und wahrscheinlich gehen wir so richtig geile Barbecue Spare Ribs essen. Boah, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was so euer Highlight ist, sag ich mal. Bei mir ist ein Highlight auf jeden Fall solche richtig heftigen Barbecue Spare Ribs. Ich habe das auch schon mal auf Instagram gepostet. Das sind halt solche Dinger, die irgendwie acht Stunden im Smoker sind und so richtig viel Fleisch dran ist. Wisst ihr, nicht so wie die bei so einem Hähnchenwagen, wo man so kleine kriegt, so ganz kleine, wo so super wenig Fleisch dran ist. Sondern das sind solche riesen Dinger, das sind auch riesen Knochen, ne? Das sind so riesen Knochen und richtig viel Fleisch dran und richtig zart alles. Und auch wenn da mal Fett dabei ist, normalerweise mag ich Fett nicht, weil das so ein bisschen komische Konsistenz hat und so, ne? Aber wenn die so acht, acht Stunden gesmoked sind oder so, dann verläuft es, oh ey, es ist einfach absoluter Traum. Dazu natürlich Süßkartoffelpommes, absolutes Highlight. Das Lustigste ist, ich habe Süßkartoffelpommes zum ersten Mal gegessen und mir haben die überhaupt nicht geschmeckt, ne? Ich habe sie nochmal probiert und es war ein bisschen besser und nach dem dritten Mal habe ich sie einfach geliebt. Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Sushi, ne? Ich glaube, Sushi ist so ähnlich, dass wenn man beim ersten Mal denkt man so, oh, beim zweiten Mal denkt man so, aha. Beim dritten Mal und so, Marshala, Beste, was gibt. Und ja, genau, würde mich auch mal interessieren, was so eure Essens-Highlights sind. Weil Essen ist für mich auch so ein Ding, da weiß ich auch nicht. Also lieber gehe ich vielleicht einmal im Monat richtig geil was essen, als wenn ich jetzt viermal im Monat geil was essen gehe. Weil, ja, weiß auch nicht, das muss man irgendwie zelebrieren. Also ich hasse es nichts mehr, als wenn du in ein Restaurant gehst, wo es ja prinzipiell eh immer teuer ist. Und du, weiß ich nicht, keine Ahnung, nachher 50 Euro liegen lässt für etwas, was dich nicht befriedigt hat, ne? Wenn du aber 80 Euro liegen lässt für etwas, was dich super befriedigt hat, wo du sagst, boah, geil, war super lecker, mega geile Kulisse und so weiter und so weiter. Gebe ich lieber, weiß ich nicht, 80 oder 100 Euro aus, statt 50 fehlinvestiert sozusagen, ne? Wo man sich danach dann schlecht fühlt und kacke fühlt und, ne? So, jetzt machen wir auf jeden Fall mal die Tiger Tooth Family auf. Oh, geil, das ist ja alles Tiger Tooth Knives, ne? 190 Tacken ist teuer. Machen's auf. Und haben danach gar nicht mehr viel übrig. Deswegen. Oh, ne, oder? Ach, man, ein zweiter wäre halt geil gewesen. Das ist auf jeden Fall nicht 190 Dollar. Ah, 130. Aber es ist ein schöner Skin. Es ist ein schöner Skin. 130 Tacken. Schade, schade. 150 hier, kommt einfach keiner rein. Können wir das hier? Kommen wir mal an das hier. Gehen da rein. Hä? Das Battle has been cancelled. Try shining a different one. Hä? Da ist doch. Warum wurde das cancelled? Das Buggy? Man kann gar keine Battles machen. Doch, ne? Hier kommt doch immer neue auf. Und andere gehen weg. Ach, ich glaube, das sind so selbstaufgemachte von der Seite, ne? Ah, weiß auch nicht. Dann gehen wir da raus und probieren nochmal die Tiger Case. Hallo? Okay, ist meine Kohle wieder. Oh, ne? Dauert das jetzt ein bisschen, bis ich die Kohle wiederkriege? Eigentlich 150 Tacken. Oh, ne? Das kann sein, dass das jetzt ein bisschen dauert, ne? Ah, ja. Ich werde die Kohle schon wiederkriegen. Ich glaube, das buggt da einfach nur ein bisschen rum. Werde ich auf jeden Fall nachher überprüfen. In dem Fall machen wir nochmal die Tiger Tooth Case auf. Sind da das Video heute? Ein bisschen Talk. Ein bisschen Talk. Wenig Case Openings. Ja, ich habe es probiert. Oh, Katastrophe, Alter. Ach, Mann. Die haben halt auch wenig Prozent, die ganzen Dinger, ne? 112 Dollar. Dann würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal mit einem Upgrade versuchen. Wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Skins über. Hier, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Wir schauen mal, was hierbei rumgeht. Mal zwei würde ich eigentlich auch machen. Ist egal, was für ein Skin. Weil du kannst es auch direkt auszahlen. So, komm. Bitte. Es wäre trotzdem sehr, sehr lecker, wenn wir das kriegen. Ehrlich. Bitte, 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 bitte. Och, Mann, ey. Keine Ahnung. Ich glaube, ich lasse es heute aber auch. Wir haben jetzt ja schon wieder so viel Minus gemacht. Oder? Sollen wir noch eins versuchen? Oh, I don't know. Es wäre halt einfach gerade wirklich köstig gewesen, hätte es geklappt. Aber manchmal soll es nicht sein. Dann war das halt heute ein bisschen... Und da rein? Ey, das backt gerade rum. Okay. Wir haben da wohl gerade irgendwelche Probleme. Probieren wir beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder. Aber es kann nicht immer. Es kann nicht immer bloß sein, ne? Wir haben insgesamt... Ich stehe gar nicht dran. Ach doch. Wir haben 1400. Und haben aber, glaube ich, schon weitaus mehr ausgegeben. Ich werde es am Schluss auf jeden Fall vom Deal, werde ich sagen. In diesem Sinne. Haut rein. Spider-Man. Schreibt mir euren Essensfetisch in die Kommentare. Und hör'n. ARD Text im Auftrag von funk